Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf Linux Guides. Heute zeige ich euch, wie ihr euer iPhone an die Nextcloud anschließt. Das heißt, dass ihr Kalenderkontakte synchronisiert, aber natürlich auch auf eure Dateien oder Notizen zugreifen könnt beispielsweise. Das machen wir jetzt heute und ich würde sagen, fangen wir direkt gleich mal an. Es ist am Anfang ganz egal, ob eure Nextcloud jetzt bei euch lokal läuft, ob sie irgendwo im Internet gehostet ist, ob ihr das über den Libre Workspace macht oder so. Das ist komplett egal. Hauptsache, ihr erreicht eure Nextcloud über den Webbrowser. Ganz wichtig, die neueren iOS-Versionen, die mögen auch nur richtige HTTPS-Verbindungen. Das heißt, falls ihr da nochmal eine unsichere HTTPS-Verbindung beispielsweise standardmäßig habt, bei lokalen Dingen ist das häufiger der Fall. Dann müsst ihr da erstmal das HTTPS-Zertifikat installieren. Das zeige ich euch nochmal in einem anderen Video bezüglich des Libre Workspaces auf dem Linux Guides Admin-Kanal. Aber solange ihr jetzt erstmal eine Nextcloud habt, die ihr so ganz normal im Webbrowser erreichen könnt, egal wo ihr gerade seid, dann seid ihr eigentlich für dieses Video gut gewappnet und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, ich habe jetzt hier mein iPhone da liegen. Ich öffne jetzt erstmal den App Store und dort können wir nach verschiedenen Sachen suchen. Ich gehe hier mal hin und suche nach Nextcloud. Da haben wir es auch schon. Und ich lade mir einmal die App hier herunter zu Nextcloud und dann auch nochmal Nextcloud Notes. Nämlich jetzt auch nochmal. Das haben wir hier einmal wichtig. Nicht jede Nextcloud-App, die wir hier sehen, ist direkt offiziell von den Nextcloud-Entwicklern. Beispielsweise das hier ist jetzt hier der Johannes Schlieffake. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. So was in die Richtung. Aber es gibt halt eben auch welche, die direkt von der Nextcloud GmbH sind. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Generell könnt ihr die anderen, denke ich, auch erstmal so weit nutzen. Ich zeige euch das mal mit Nextcloud Notes und der Nextcloud-App. Das Ganze ist jetzt in meinem Fall sogar auch schon heruntergeladen. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich öffne die Nextcloud-App. Ich erlaube es in meinem Fall, dass sie Mitteilungen sendet. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal auf Anmelden. Und hier können wir entweder unsere Serveradresse einfügen oder einen QR-Code abscannen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo findet man diesen QR-Code? Hier im Webinterface auf der Nextcloud können wir rechts oben auf unseren Benutzernamen gehen und dann einmal auf Einstellungen. Und jetzt können wir hier in den Einstellungen auf Sicherheit gehen und dort finden wir unten Geräte und Sitzungen. Das machen wir doch einfach mal. Ich gehe hier mal auf App-Name und dort können wir eine neue App hinzufügen. Beispielsweise nenne ich das jetzt einfach mal iPhone. Ich werde neues App-Passwort erstellen aus. Das macht er. Und dann können wir jetzt hier einen QR-Code für mobile Apps anzeigen lassen. Perfekt. Diesen QR-Code können wir jetzt abscannen. Das heißt, ich gehe in meiner Nextcloud-App auf dem iPhone hier auf den QR-Code und ich erlaube das mal, dass wir die Kamera benutzen dürfen. Und dann haben wir hier auch direkt schon hoffentlich einen verbundenen Account. Ich gehe hier nochmal auf den Nextcloud drauf. Aber das sieht sehr gut aus. Das hat funktioniert. Jetzt können wir auf unsere Dokumente und so weiter direkt auf den Nextcloud zugreifen, uns den PDF beispielsweise anschauen. Genauso soll das natürlich sein. Perfekt. Dann haben wir uns auch schon angemeldet und wir können hier direkt schon unsere Dateien sehen. Wir können einmal hier unten rechts auf Mehr drücken und ganz unten kommen wir in die Einstellungen. Dort können wir nebenbei einmal das automatische Hochladen aktivieren. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr hier eure Fotos, wie ihr die dann schießt oder auch eure Videos dann automatisch auf die Nextcloud bringen. Das ist auch eine coole Sache. Ansonsten können wir hier weiter unten das Konfigurationsprofil für Kalender und Kontakte herunterladen. Bei manchem funktioniert das besser, bei manchem weniger. Das kommt immer auf die Nextcloud-Instanz an. Bei meiner funktioniert das jetzt hier nicht. Ansonsten könnt ihr das hier bei eurer auf jeden Fall mal probieren, ob das schon soweit reicht. Wenn das jetzt bei euch auch erstmal nicht reicht, würde ich sagen, gehen wir mal den manuelleren Weg, der aber auf jeden Fall funktioniert. Dafür gehe ich in die Einstellungen und wir suchen hier, bzw. gehen wir mal ein bisschen weiter nach unten und wählen hier einmal Kontakte aus. Dort wähle ich einmal Accounts aus und dort können wir einmal einen neuen Account hinzufügen. Das machen wir mal. Dann können wir hier verschiedene Accounts hinzufügen. Ich wähle andere aus und dann finden wir hier einmal Kontakte, CardDAV-Account. Das wähle ich aus und jetzt können wir hier unseren Server einfügen. Jetzt ist wichtig, was tragen wir da ein? In meinem Webbrowser sehe ich einmal https.cloud.lie-a.de. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, was ich jetzt hier in dem Server eintrage, ist einmal das cloud.lie-a.de. Und als Benutzernamen und Passwort trage ich hier einmal den Max ein und als Passwort eben dann auch das Nextcloud-Passwort. Das Passwort, womit ich mich in meiner Nextcloud anmelde. Perfekt, das hat soweit erstmal funktioniert. Ich wähle weiter aus und dann wird das Ganze überprüft. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann kommt hier hoffentlich gleich ein Haken. Da haben wir ihn, beziehungsweise alle Haken. Perfekt, wir haben hier Accounts.cloud.lie-a.de für Kontakte. Das ist perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu den Einstellungen hier oben und wir machen genau das gleiche nochmal bei Kalender. Ich wähle Kalender aus, gehe auf Accounts. Ganz wichtig, auch wenn wir schon cloud.lie-a.de hier finden, steht das hier nur für Kontakte. Das heißt, wir müssen trotzdem nochmal einen neuen Account hinzufügen. Ich wähle nochmal andere aus. Und hier ganz wichtig, wählen wir jetzt das untere aus. Kalender Account hinzufügen, nicht nochmal Kartender Account hinzufügen. Das ist nur für Kontakte. Wir brauchen hier unten das für Kalender. Kalender Account hinzufügen. Und jetzt wisst ihr schon, was wir machen. Wir machen genau das gleiche nochmal. Als Benutzername auch nochmal Max und das Passwort, unser Anmeldepasswort auf der Nextcloud. Dann wähle ich einmal weiter aus. Dann wird das Ganze auch nochmal überprüft. Und da sind wir jetzt auch fertig. Ich sage in meinem Fall sichern. Ich möchte es für Kalender und Erinnerungen drin haben. Ist okay. Und dann haben wir das Ganze auch schon hinter uns. Dann gehen wir hier mal raus. Und ich würde sagen, wir suchen direkt mal nach unserem Kalender, nach unseren Kontakten. Den Kalender finden wir direkt hier. Da gehe ich einmal rein. Er hat dann noch nicht synchronisiert. Doch, hat er sogar schon synchronisiert. In dem Fall hier mein Montags-Sync und meine Mittagspause und den anderen Spaß. Meine Zeitzone ist hier ein bisschen verstellt auf dem iPhone. Das ist für mich jetzt erstmal egal. Deswegen ist es ein bisschen früh. Aber die Kalendereinträge werden synchronisiert. Und das sehen wir dann auch hier in den Kalendern. Kunden, persönlich, Sales, Projekt, Y und so weiter. Das sind alles von meiner cloud.ly-a.de. Und das läuft ja schon mal ganz gut. Wir können einmal, wenn wir unten auf Kalender drücken, auch nochmal einstellen, welche Kalender angezeigt werden sollen. Beispielsweise, wenn ich jetzt die iCloud-Kalender ausstellen möchte, kann ich das machen. Ich wähle fertig aus und dann habe ich jetzt nur noch meinen Nextcloud-Kalender drinnen. Perfekt. Das wäre es soweit zum Kalender. Weiter geht es zu den Kontakten. Die haben wir auf der anderen Seite, jetzt hier in meinem Fall. Und dort gehe ich mal auf Listen, alle Kontakte. Und hier finde ich sogar schon einmal den Linux-Guides. Das ist der Testkontakt aus meiner Nextcloud. Da sieht es schon mal ziemlich gut aus. Das heißt, es funktioniert auch erstmal. Und das könnten wir hier auch nochmal unter Listen einmal sehen. unter cloud.ly-a.de einmal alle Kontakte, einmal Sachen, die zur Familie gehören, weitere Kontakte und so weiter. Ja, das wäre es soweit dazu gewesen. Damit haben wir Kalenderkontakte synchronisiert. Wir können auf unsere Dateien zugreifen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns am Ende nochmal kurz die Nextcloud-Notes an. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und das müssen wir jetzt erstmal einrichten. Dazu gehe ich jetzt hier oben auf das Plus. Und kann hier direkt den Max Mustermann auswählen. Nehmen wir einmal. Dann wähle ich einmal hier Anmelden aus. Dann öffnet sich hier die Webseite. Dann gehe ich weiter unten einmal auf Anmelden. Und kann hier nochmal mein Nextcloud-Passwort eingeben. Und dann wähle ich danach einmal Anmelden aus. Perfekt. Haben wir hier soweit erstmal durch. Und dann können wir hier Zugriff gewähren auswählen. Das ist okay für mich. Zack, dauert einen Moment. Und dann sind wir hier fertig. Ich kann hier auf Fertig drücken. Nebenbei, zuvor können wir auch hier den Start synchronisieren. Das heißt, ich mache das mal an beim Start synchronisieren. Das heißt, es synchronisiert die Notizen beim Start. Ganz am Anfang können wir hier oben einmal nochmal auf diesen Pfeil klicken. Dann synchronisiert er jetzt hier auch alle Notizen, die ich mir dann hier anzeigen lassen kann. Die sind bis jetzt noch nicht so vielfältig. Aber ich denke, ihr seht, worauf das hinausgeht. Gut, okay. Dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit dem Synchronisieren von Kalendern und Kontakten. Und das war tatsächlich das erste Video auf Linux Geist mit einem iPhone. Ich habe mir tatsächlich genau für solche Sachen jetzt ein gebrauchtes iPhone geholt. Das heißt, falls ihr noch weitere Videos zum Thema iPhone und Open Source und Linux sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich dazu, denke ich, auch etwas machen. Und wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.